Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit den lateinamerikanischen Nationen und der Solo-Sieg Challenge. Wir haben kurz vor Ende von Tag 22 und das hier ist ein norwegischer Konvoi in der Hudson Bay. Ja, Norwegen greift uns an, allem Anschein nach. Sie werden vermutlich hier bald anfangen zu landen in Kirkland Lake. Ich habe keine Ahnung. Wir haben das ja bereits gesehen vor ein paar Tagen bei Cape Mercy, diese Flotte. Wir wussten, dass sie da ist. Sie wussten, dass wir sie gesehen haben. Sie haben uns direkt auch verfolgt. Das heißt, es war klar, dass sie offensichtlich was planen. Ich ging fest davon aus, dass sie vermutlich einfach nur Baffin angreifen wollen, aber ganz sicher nicht, dass sie jetzt uns angreifen würden. Das war überhaupt nicht in meinem Plan gewesen. Das kommt jetzt sehr überraschend. Ist auch wirklich ein sehr komischer Angriff mit irgendwie jetzt 60.000 Truppen, aber dafür 12 Kreuzer. Also das ist ein bisschen merkwürdig. Ich habe keine Ahnung. Keine Arty, nichts. Nur ein Panzerwagen als einzige mechanische Einheit. Das heißt, ja, ich weiß nicht ganz, was das soll. Es wird auf jeden Fall für sie nicht klappen. Sie werden vermutlich ein paar Provinzen einnehmen können, aber wir werden einen Gegenangriff starten. Denn ich bin bereits unterwegs mit unserer Arty und dann werden wir dort zurückschlagen oder verteidigen, was auch immer. Die braucht leider einen Tag. Das heißt, wir werden hier vermutlich diese Landung nicht abwehren können. Gerade die Elfkreuzer, die werden auf jeden Fall dort zu viel Schaden anrichten. Hätte ich meine Arty noch hier, wäre das für sie eine absolute Katastrophe. Hätten sie keine Chance, da irgendwie drauf zu reagieren. So, aber jetzt haben sie natürlich das lokale Feuerpower Plus und werden uns hier vermutlich dann besiegen können. Wir werden in Kirkland Lake aber auch ziemlich gut stehen. Also ich habe ja noch 11.000 Truppen hier. Und wir werden mal alle nach dahin schicken dann. Auch die hier. Das werden dann insgesamt schon mal hier lokal 18.000 sein. Plus dann noch die hier, die können wir auch da hin schicken. Die würde ich gerne noch hier lassen, wegen der Festung, damit die nicht genau wissen, was da alles drin steht. Und dann könnten wir da durchaus etwas Erfolg haben. Die werden auf jeden Fall uns nicht treffen können mit den Kreuzern. Das heißt, ich denke mal, das ist kein Problem. Es ist nur wirklich komisch. Ich weiß nicht, warum sie nicht Bärfern angreifen oder warum sie nicht einfach hier drüben sich ausbreiten. Das macht gar keinen Sinn. Aber das war in der Runde schon öfters der Fall. Das verzögert natürlich unsere Planung so ein bisschen. Wir werden jetzt nämlich die Truppen hier abziehen müssen. Das heißt, ein Angriff auf Argentinien ist nicht mehr möglich. Das ist in der Weise doof, weil wir natürlich den Angriff für morgen geplant hatten. Später bis übermorgen. Wir müssen uns nämlich beeilen. Diese Koalition steht morgen. Und dann werden wir hier eingeladen werden und müssen annehmen. Ich kann einfach keine Zeit mehr rausschünden. Es geht einfach nicht mehr. Sie werden wissen, was wir vorhaben. Mich hat Australien nochmal gefragt, ob ich denn jetzt wirklich Solo spielen möchte. Mir hat Argentinien erklärt, warum sie Brasilien besiegt haben. Wir haben keine Zeit mehr. Ich habe keine Ausreden mehr, keine Gründe mehr, hier noch Zeit zu schinden. Ich muss jetzt irgendwas machen. Und deshalb ist das jetzt alles ein bisschen blöd. Denn ich habe keine Ahnung, wie ich damit jetzt umgehen soll im gesamtpolitischen Kontext. Ich kann nämlich Argentinien nicht weiter hinhalten. Das heißt, wir werden eventuell den Plan auch so durchführen müssen. Also einfach mit weniger Arti, was wirklich nicht gut ist für uns. Wir können uns das eigentlich echt nicht leisten. Vor allem, weil der Kampf hier oben uns ja gar nichts bringt. Wir haben nichts davon, hier oben mit Norwegen uns zu prügeln. Wir können es ja nicht gegen angreifen. Wir müssen halt hier unten uns ausbreiten. Und da ist das vielleicht schon ganz schön schlau von Ihnen, uns hier aufzuhalten. Andererseits müsste für Sie ja klar sein, dass wir uns vermutlich mit Argentinien verbünden würden. Und dann wiederum hätten wir unsere ganzen Truppen hier oben wahrscheinlich. Wir haben ja gerade erst einen Krieg gewonnen. Das heißt, für Sie ist das eigentlich mehr oder weniger die schlechteste Wahl, die Sie treffen können, mit uns Krieg zu führen. Also das macht eigentlich keinen Sinn. Außer Sie haben jetzt irgendwie ganz aktuelle Spionagedaten gesammelt. Das könnten auch Goldmarkkreuzer sein, wer weiß. Dann könnten Sie vielleicht wissen, dass wir gerade schon im Weg nach Süden waren. Aber das macht sonst eigentlich gar keinen Sinn. Also von daher mal schauen, was da passiert. Ich bin gespannt, wie und ob sie das machen. Ich habe bereits eine Nachricht geschickt, wie ich auch schon immer an alle geschickt habe. Von wegen, ich halte das für keine gute Idee. Und wir wissen ja, wie das lief für Kalifornien, für Kuba und so weiter. Wir haben das alles mitbekommen. Lief für alle nicht ganz so gut. Mal schauen, wie das eben dann hier für die Norweger aussehen wird. Denn ich gehe davon aus, sie werden das nicht mehr ändern. Das ist einfach jetzt scheinbar so, wie es ist. Sie sind ja auch gar nicht mal so erfahren, muss man dazu sagen. Sie sind Level 10. Das heißt, sie werden solche Situationen vielleicht nicht so oft gehabt haben. Aber schon sehr beeindruckend, dass sie mit jetzt gar nicht mal so vielen Häfen, 1, 2, 3, 4, schon 11, 12 Kreuzer haben. Das ist schon einiges. Na gut, hier auch noch, aber die hatten sie ja erst später. Es könnte einfach sein, dass sie echt nur Kreuzer gebaut haben. Das wäre möglich. Bringt ihnen halt jetzt hier nicht viel. Müssen wir bedenken, hier oben ist auch noch eine Armee. Das sind auf jeden Fall Infanteristen bei der Geschwindigkeit. Das ist vermutlich eine Spähereinheit. Oder eine weitere Armee, die jetzt vielleicht hier unten langkommt. Und werden wir auf jeden Fall drauf Acht geben müssen. Kurz zum Überblick nochmal. Hawaii, da sind wir auch gerade im Angriff. Wir werden Honolulu einnehmen in den nächsten paar Stunden. In exakt zwei Stunden etwa werden wir die Hauptstadt nehmen. Dann wird auch Hana und Kailua noch besser von der Moral dastehen. Da können wir auch aus Hana dann Koloa angreifen. Und dann werden wir hier endlich diesen Krieg auch fertig haben. Die ganzen Infanteristen aus Hawaii, die sind gerade hier nach Norden unterwegs. Die jagen unserem Kreuzer noch hinterher, mehr oder weniger. Aber bald ist das hier auch Geschichte. Und ich muss auch sagen, ich war sehr überrascht davon, dass New South Wales hier den Kreuzer so nah an uns herangestellt hat. Die sind alle auf jeden Fall schon so ein bisschen sich der Tatsache bewusst, dass wir hier aktuell eher feindlich gesinnt sind der ganzen Aktion. Und das bringt mich auch an so einen Punkt, wo ich nicht mehr ganz weiß, wie sinnvoll es ist, mit diesen vorgesetzten Hausregeln zu spielen. Und zum Beispiel würde es mich dazu bewegen, dann in Zukunft das einfach so zu machen, wenn wir weitere Supremacy-Runden spielen, da werde ich es mir einfach offen halten, was ich tue. Es könnte sein, dass wir Solo spielen. Wir könnten aber auch durchaus uns einfach alliieren, um eben solche Situationen auch besser ausnutzen zu können und dann eben einfach auch auf Koalitionssieg spielen können. Denn wir haben einfach unsere Zeiten verpasst. Es ging einfach zu leicht für Argentinien. Wir haben das einfach nicht einschränken können. Sie hatten ein extrem erfolgreiches Early-Game, obwohl uns das auch recht gut lief. Sie haben es einfach noch besser gehabt und konnten so groß werden. Sie sind wie hier zwischen den Blocks eingesteckt und können uns nicht wehren. Das ist für uns das Problem. Und das macht diese Runde gerade so ein bisschen kaputt für uns. Denn wir haben einfach keine Option, um uns hier irgendwie zu wehren. Ich bin mir nicht ganz sicher jetzt genau, wie ich das hier angehen will. Vielleicht teilen wir diese Armee auch doch nochmal auf. Wir könnten vier Artis rausnehmen und einfach 40.000 Infanterie schicken. Das müsste ja reichen. Wir werden ja jetzt auf jeden Fall heute noch eine ziemlich gute Verteidigung aufbauen können. Wir könnten sogar Kirkland Lake verteidigen. Ganz ehrlich. Wenn die hier landen, Kirkland Lake sollte safe sein. Weil das sind jetzt gerade mal ein bisschen mehr 70.000 Infanteristen, 80.000. gegen jetzt sofort und hier gleich verfügbar 21.000 plus dann nochmal innerhalb der nächsten Stunden 10.000 in einer dann rechtzeitig vermutlich noch Level 2 oder Level 1,5 Festung. Das ist machbar. Das wird zumindest ziemlich schmerzhaft für sie. Und dann mit neuen Rekruten, mit neuen Einheiten, wir werden auch eine Artie hier haben in 8 Stunden, dann wird das für sie gar nicht mal so angenehm. Also ich will gar nicht mal so die Flinte ins Korn werfen hier oben. Das ist eigentlich kein Problem. Das ist nur nervig. Denn wir werden dann den Moral-Manus haben. Wir werden dann noch uns hier oben drum kümmern müssen mit Truppen, mit Verstärkung. Wir werden dann hier die Küsten verteidigen müssen. Sie werden vermutlich auch weitere Schiffe schicken, unsere Küsten bombardieren und so weiter. Ihr wisst das ja alles. Und dann werden wir da noch ein bisschen leiden. Wir müssen halt gerade eigentlich alles, was wir haben, nach Süden schmeißen. Und ich denke, wir können trotzdem unseren Plan durchführen. Das heißt, was wir jetzt machen, ich habe vorhin so ein bisschen in der Panik reagiert, wir werden mal diese Truppen hier dann doch wieder nach Süden schicken. Und wir werden hier Truppen abspalten. Wir spalten hier ab 20.000 und 2 Artis. Das muss reichen. Mehr kann ich gerade nicht bieten. 20.000, 2 Artis. Das muss reichen als Verteidigung hier im Norden. Wir werden dann weitere Arti noch bekommen, dann in 8 Stunden. Wir werden dann vielleicht danach, wenn es fertig ist, einfach dann schnell die führerierten Staaten angreifen, irgend sowas. So ein bisschen noch was dafür, dann Hauptsache uns holen, dass es nicht ganz umsonst war. Und damit dem Rest hier eben den großen Angriff starten auf Argentinien. Die haben weiterhin keine Ahnung, dass das passiert. Die wissen es nicht. Die schicken Truppen nach Süden, nach Boa Vista aktuell. Ich weiß nicht ganz, ob man sich dort sammeln wird. Das werden wir dann sehen. Aktuell sind dort keine Truppen. Es könnte sein, dass sie gerade auf dem Weg sind nach Afrika. Ich werde vermutlich einfach Funkstille halten. Ich werde einfach nicht mehr reagieren und hoffen, dass sie einfach denken, ich bin inaktiv oder ich bin beschäftigt oder was auch immer. Und Hauptsache ihnen eben noch nicht sagen, dass ich sie angreifen werde. Denn wir müssen hoffen, dass wir hier auf Überraschung gehen können. Und das tut mir ja auch schon so ein bisschen leid. Weniger jetzt als früher, weil sie haben mir gesagt, dass sie Brasilien angegriffen haben, weil sie nicht so gut gespielt hätten. Was natürlich dann ein Zeichen ist, dass die auf jeden Fall Allies hintergehen. Und diese freundliche Fassade, die sie aufbauen, durchaus auch so ein bisschen gemein sein kann. Also dass das eher eine Fassade ist, als wirklich die akute und echte Persönlichkeit dieser Person da unten. Und von daher fühle ich mich dann doch gar nicht mehr so schlecht. Aber trotzdem, Argentinien war ja zu uns immer sehr nett gewesen. Das heißt, es tut mir schon weh, das dann eben machen zu müssen. Aber andererseits eben, wie gesagt, nach der Brasilien-Sache und nach der Begründung ihrerseits dafür, tut es mir dann doch gar nicht mehr so weh. Denn sie haben Brasilien wirklich einfach besiegt, weil sie nicht mit ihrer Spielweise zufrieden waren. Obwohl Brasilien zeitweise eine der größten Nationen der Welt war. Und das zeigt, was für Ansprüche Argentinien hier auch stellt. Obwohl sie selbst hier wirklich das abenteuerlich machen mit ihren Artis hier. Das ist für uns eigentlich eine ganz gute Sache. Ich werde jetzt noch schnell weitere Spione einsetzen. Wir müssen nämlich dringend hoffen, dass wir weitere Aufklärung bekommen in... Wir werden mal ganz kurz hier auch noch die Spione umändern. Dass wir nämlich Aufklärung bekommen in Argentinien. Das heißt, wir setzen mal Spione ein in verschiedenen Provinzen in der Hoffnung, dass wir dann dort Aufklärung bekommen. Ich setze sie auch bewusst in Provinzen ein, die nicht ganz so wichtig sind. in der Hoffnung, dass sie dort nicht gefunden werden können. Hier und hier. Die Militär-Sabotage-Spione nutze ich, weil ich hoffe, dass ich damit dann eine Gesamtaufklärung bekommen kann. Das ist nämlich eine kleine Chance, die man da hat. Können wir noch jemanden rekrutieren? Wir können, sehr schön. Dann wird der mal hier hingehen. Und die anderen werden hier oben weiter versuchen, Aufklärung zu betreiben. In der Hoffnung, dass wir dort dann Lokaleinheiten noch aufdecken können. Ich würde nämlich gerne wissen, was genau sie hier haben eigentlich und wo genau alles steht und so weiter. Das wäre ein Traum. Das heißt, ich hoffe dringendst auf eine volle oder zumindest teilweise Aufdeckung ihrer Einheiten. Und genau, das heißt, mal schauen, was da eben passieren wird. Ich hoffe, dass sie uns nicht finden werden. Wir sind auch dabei, weiterhin zu countern, die Spionage in Salina Cruz. Da sind ja auch mehrere Spione aktiv. Vermutlich wieder mal aus Norwegen. Die tun uns da wirklich sehr weh inzwischen. Das sind Torverluste, die wir da hatten, auch an Moral und so weiter. Viele Ressourcen wurden auch zerstört. Hier ist die moranische Schwiener gestiegen auf fast 100 Prozent. Aber Salina Cruz aktuell Opfer von mehreren Wirtschaftssabotage-Akten. Das wollte ich nicht. So. Es gab übrigens auch eine Nachricht, die wir abgefangen haben, von Argentinien. Oder nee, halt. Von Teddy Roo. Das war, glaube ich, Brasilien, wenn ich mich nicht irre. Das war Brasilien, genau. Ja, spannend. Das war eine Reaktion vermutlich auf den Verrat von Argentinien. Sie meinen, dass Argentinien den Krieg ja eh verlieren wird. Oder das Spiel zumindest. Und dass sie ja aus keinem Grund hier gerade verraten wurden. Was übrigens echt komisch war. Brasilien hat zwar also das aktiv mitbekommen, aber sie haben sich gar nicht gewehrt. Sie hatten ja keine Truppenbewegung, nichts. Also das war ein bisschen merkwürdig. Aber trotzdem zeigt das, Brasilien war da aktiv. Und es war wirklich ein Verrat ohne Grund. Und deshalb eben auch meine Vorsicht hier mit Argentinien. Sie scheinen wirklich nur opportunistisch auf die zu gehen, die sie gerade finden können. Und ja, werden sich dann einfach die Länder reinschnappen, wenn man seinen Wert nicht mehr hat. Und das wird zwar auf uns nicht zutreffen eigentlich. Sie werden vermutlich, oder sie wären vermutlich mit uns auch dann für den Rest der Runde Allies geblieben. Aber ich mag es nicht sehr gerne, wenn Leute sowas machen und ihre Allies nur auf Performance wählen. Das mag ich nicht. Und von daher haben wir da einen weiteren Grund, eben auch anzugreifen. Aber genau, wir haben gerade jetzt Stress im Norden, Planung im Süden und Erfolg endlich mal hier im Westen. Schon wieder eine Einheit gesponnen. Das gibt es doch gar nicht. Sollen wir ihn wieder angreifen hier. Also ja, wir werden hier verschiedenste Dinge machen müssen. Wir werden das so ein bisschen multitasken. Das ist leider ein Problem. Wir haben das so nicht geplant. Das war auch so nicht vorgesehen. in jeglicher Planung, die wir jemals gemacht hätten. Es war immer die Hoffnung gewesen, dass wir einen Zweifrontenkrieg vermeiden können. Dem ist jetzt nicht mehr so. Und ja, das sorgt natürlich jetzt hier für etwas Ungemach. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.